Hallo Leute, macht Start. Hallo Leute, das ist Let's Play Minecraft zu Bild aus der Bible, Folge 15. Und wir machen gleich weiter hier mit unserem kleinen Freund Papus. Hallo. Wir wollten uns halt ein Ho machen, genau. Da machen wir uns auch gleich mal eine Eisenho. Warte, ich habe einen Diamanten... ne, warte. Du hast einen Diamantenho. Nein, ich habe eine Steinho. Ja, ich habe aber eine Eisenho. Ich auch. Ist mir so was für mich. Was machst du da? Wir müssen hier auch Wasser reinmachen. Oh ja. Mach dir krömer Eimer. Ja, bitte. So, so, so. So, so, so. Dann machen wir mal... Ach, da hast du die Milonen gepflanzt. Da brauche ich ja gar nichts machen. Hm? Ich habe zwei. Und Milonen pflanzen sich nur auf Erde. Ja. Du hast deinen Sand hingemacht. Aber guck doch mal. Neben... Na so. Ja, okay. Ja, okay. Hier ist ein Ärger für die Fernse. Und hier ist ein Ärger für die Fernse. Ja, okay. Hast du die Pflanze hier abgebaut? Da war da Melone dran. Warum ist die weg? Nein, da war eine Melone. Die musst du die Pflanze immer abbauen. Nein, nein, musst du nicht. Doch. Nein, wirklich nicht. Nicht? Nein. Ach so. Ich baue die mal ab. Los nicht. Okay. So, man, da haben wir uns jetzt einen Eisenrow gemacht, ohne Nutzen. So. Hm. 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 Einfach Geld ausgeben. Hm. 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 Ich will das gerade episches machen. Nein, ich will diese Eier hier nicht. Willst du nicht? Gut. Hm. 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 Ja, vielleicht. Alter. Was willst du denn machen? Hm. Ich probier's mal aus. Hast du den Halk angeschaut, als der kam? Was? Halk, der hat ausgesagt, der kommt, kam im Fernsehen. Den hab ich nicht angeschaut. Ja, auch nicht. Ich kenn den schon. Oh no! Ist der gut? Ich kenn den Anfang. Der ist gut. Der ist in Ordnung. Ja, ich fand den, ich glaub, ich hab den Anfang gesehen, da fand ich den nicht so prickelnd. Oh, warte mal. Ich hab hier, glaub ich, ein bisschen, ein bisschen Scheiße gebaut. Ich hab Wasser gesetzt. Warte mal. Oh no, ich hab... Scheiße, ey. Was ist denn? Ja. Ich muss mal ganz kurz schieben, das ist jetzt sowas von notwendig. Ah, Scheiße, ey. Ja, 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 ja. Ah, komm. Dann tötet ich dieses Huhn jetzt gleich mal hier. Warm. So. Schadig ist er, ey. Das ist... Alter! Fuck! Ähm, ja, warte kurz. Ich mach's mal kurz weg. Ähm, warum hast du da Wasser gesetzt? Damit es episch aussieht. Nein! Ja, doch. Aber warte mal kurz. Ja, ich spring da grad hoch, um das wegzumachen. Ah, ja, gut. Äh. Alter, was machst du für eine Scheiße? Das läuft dran in unser Haus rein. Ich weiß. Spack. Ich hab mich jetzt extra kreativ gemacht, damit ich es wegmachen kann. Ich mach's weg! Zack. Ich hab's wieder eingesammelt, das Wasser. Echt? Ja. Ey, Wasserrutsche! Es ist voll, wenn es ins Hühnergehege geflossen hat. Wasserrutsche! Geh mal da weg, ich muss es wieder hinrichten, das Feld. Ja, ich muss es hin... Warum verschwindet das Wasser nicht? Doch, jetzt... Ja, das sind diese neuen Wasserflüsse. Ja, das ist so langsam. Das ist viel langsamer als vorher. Ja, da... Ja, ja. So, fertig. Okay. Ich... Ich... Ich baue euch mal ein bisschen Netherrack abbauen. Da können wir nicht... Alter, wie du mal? Ach, mansch, ich muss doch noch ein paar. Da können wir nicht... So. Ja, Netherrack... Nein, nicht Netherrack. Du musst abziehen. Ja, das meinet man... Man klaut zehn Stück. Ok, ach, ich hab keine Diamantenspitzhacke mehr. Was? Wieso ist die schon kaputt? Nein! Äh, Diamantenspitzhacke. Alter! Von Justy. Verbrannt. Verbrannt. Ach so, oh, oh. Böser Junge. Böser Junge? Ja, der in der letzten Folge ist ja in Laber gefallen. Mit seiner Diamantenspitzhacke. So genial. Ich weiß nicht, entweder habe ich sie verlegt oder sie ist weg. Achst du, ich wollt' haben? Wie kann man eine Diamantenspitzhacke verlegen, frage ich mich, wenn wir nur zwei Drohnen haben? Keine Ahnung, ich hab kein Plan, wo die sein haben. Ich schlaf' mich mal. Also ich schlaf' mal. Ich schlaf' mich mal. Warum hast du eine Goldenspitzhacke? Weil ich ein Bonn zu bin. Mach' ich jetzt? Ich schlaf' mich mal. Ähm. Ja, ich hab' ne Goldenspitzhacke, weil ich ja diese fünf, äh, sieben Goldharten verbraucht hab', die wir da hatten. Deswegen hab' ich jetzt ne Goldachs. Ein Goldschwert und ne Goldenspitzhacke. Okay. Äh. 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 Miene. Geh' mir in die Miene bei. Ich brauch' hier Diamanten. Ah! Scheiße! Äh. 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 Hüh' mir Diamanten. Ähh. Ah! Scheiße, Requ vict, ja. Scheiße. Aber ich hab' noch alles. Arthelke das ist eine Schreis ah Kacke muss man die Methoden sortieren warum hab ich so viel Stein ja ich hole mal hier man das war voll taktisch schlau ich baue jetzt Holz ab ja hier unten ist Eisen ich nehme mal das Eisen mit der Jamaikan krass man mit dem Eisen was ich hier eingesammelt hab hab ich die Eisenspitzhacke schon wieder drin scheiße sie hat sich noch ein bisschen aufpassen mit der Biene und so ne weil sie hat den Endglück weiss wieso weißt du wie schnell die Goldachs kaputt geht nein weißt du wieso ich Endglück hatte weil ich war im Wasser und darunter war Eisen hab ich es weggebaut und darunter war Lava aber die ist gleich hart geworden durchs Wasser das war Glück ja ich weiß hey ich würde vorschlagen dass wir in die zweite Spalte gehen wie sie am Spawn gefunden haben ja sie lockt die gleiche aber wir können ja mal reingehen ne wir können schon mal reingehen das ist gut da sehe ich nämlich Gold und äh ja alter jetzt ist schon meine Goldschwitzel ich wollte Axt kaputt schnell geht es die Diener zu dir was kann ja mach ey man ich will sie abbauen ja ich geh mal runter ne was los ich geh mal hier runter ich geh mal hier runter gut Patrick du gehst jetzt raus komm mit du musst gleich mitkommen hier dann ja warte kurz ich muss noch mein Holz in Sicherheit bringen ich bin gleich wieder da bin gleich wieder da das sagen sie alle ja das sagen sie alle und das ist bei mir stimmt's ich bin in der Ehre in der Kolle ha 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 alter guck ich lass dich auch jetzt sie sind mir zu wertvoll ich hab sie mitgenommen oh no so zackern die mich aber mit die ist nicht wertvoll das kann ich mir das kann ich mir erlauben die geht so schnell kaputt echt aber kannst du damit glaubst du auf die Dianer bauen äh äh ja ich könnte es ausprobieren dann könnt ihr ja wenn es nicht zu lange gedauert dann mach mal also so nach dieser Folge wenn die fertig ist wenn dieses Teil halt abgelaufen ist gehst du rüber ach man ach so heul halt oh scheiße ich hab die Fackel getroffen ey ich empfehle mich mal zu dir ja oh no no ne 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 blalalalalala würd ich nicht machen ey richtig scheiß gefährlich gerade nee das mach ich ich hab aber meine Map dabei ja trotzdem ist scheiß gefährlich wenn ich sie mir geht es ach ok ah verstehe verstehe schon ausgezeichnet ähm das Dach springe ich glaube ich lieber nicht aber hier warte bist du uuuh ich hab sie anziehen Bist du sicher? ähm noch nicht so ganz ich lauf grad in Sicherheit jetzt bin ich sicher Gold nicht feiße ich hab keine Eisenspitzhacke hab ich aber eine Goldspitzhacke tralalalalalalalalala alter mit der Goldspitzhacke gehts auch nicht aber mit der Goldspitzhacke kann man verdammt schnell einen Stein abbauen ist ja wohl sinnlos weil wir hier du kriegst ne Eisen wenn ne gebrauchte Eisen ja hier gebrauchte Gold nicht man dann nie hier ist auch eine Fälle von mir die hell genauso viel aus wie eine Holzspitzhacke so krass die ist jetzt gleich leer warte warte und gleich ich jetzt ist kaputt so wenig so verweichlicht jetzt die zweite Spannung ich will ihn da wegschießen wen? oh ja oh mein Bogen, ich will auf in die Lava du dünnes Kind warte ich, ich schieß den anderen ab da hast du nicht so nett scheiße ich hab dann eben geschossen Headshot ne ich verschwende meine Pfeile nicht Abzomi, komm hervor ja ich hab ihn auch danken er kann es sein dass wir schon mal hier drin waren doch du warst hier schon mal drin vielleicht war Rafi hier drin, keine Ahnung ja hoffentlich nicht, egal ja ich glaub ich mal noch bist runtergefallen? nein nein ja ich bin hinter mir war nochmal ein Creeper und überall war ein Monster und dann tot aber ich hab wieder alles, ich hab alles hast du einfach back gemacht, das kann doch nicht angehen oh Gott, als wäre das gelärt, ich muss dich von oben oh Mann, Luftunterstützung oh Mann, Luftunterstützung wie? oder Zombie dankeschön dankeschön die Luftunterstützung hier du Scheißbinde komm her komm her noch die Luft, Luft ah hehehehe ich bin hier unten ich bin hier unten ich bin hier unten ich bin hier safe, komm zu mir ja warte lautlos und still ausschalten ok hallo ah die amanten echt? ja wow die brauch aber ich dann ok ja ich geb sie dir, ich bau die mal ab 3 Stück gut perfekt für ne Spitzhack, Mann und perfekt für ne Axt nein komm, gib her ja ja, ich geb die schon 4 Stück 3 Stück ja, weil dann ne Spitzhack, auch ich hab meine 3 Diamantensachen also meine Diamantensachen ja, verschiebt schon egal und die hat seine weil er hat sein er ist unvorsichtig gewesen da 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 aber nicht, ich mein ich hab ihn da unten gegraben echt? vergelassen schandlich what the fuck das ist ich geb dir die Lava ja, verbrenne wow das nicht aber Wie ist der ca? es ist so so still nicht es kommt ins suppress ich hab mich anvisiert Wob wo soll ich eigentlich ich hab noch ein nod ich hab noch ein Leben na echt jetzt ja na Nein, ich habe noch volle Leben. Bis zum nächsten Podcast, Leute. Wiedersehen.